Willkommen zu einem neuen let's play auf der switch mit wonderboy the dragon's trap so Und dann weiß ich wenn wir hier oben drücken kann man auch wondergirl sein aber wir gucken erstmal mit wonderboy und legen erstmal gleich los Nehmen wir nochmal, achso ich kann auch hier jetzt sagen, junger Mädchen, der klassische Abenteurer hat Skateboard gegen Schwert und Schild getauscht Durchstreift das Monsterland auf der Suche nach dem Mecha-Drachen, tadelloser Haarschnitt Gefahr ist ihr Geschäft und sie meint es ernst Beschreib für das Monsterland auf der Suche nach dem Mecha-Treffen Wir fangen erstmal an mit dem Jungen, würde ich sagen Vor dir liegt Monsterland Nach vielen Prüfungen hast du endlich das Monsterschloss erreicht Dein Ziel, der Raum des gefürchteten Drachen Aber es ist dir nicht bewusst, dass der Drache die Macht hat, seine Feinde mit Flüchen zu überlegen Okay Das letzte Verlies Schon? Ja Okay Oh, ah, Angreifen ist da, okay So können, ne, da können wir nichts machen So Oh nein Ah, aber wir haben gar kein Herz verloren, sehe ich gerade Wie Ah, okay Hier kann ich Umschalten Aber mir gefällt halt Die irgendwie Lieber Okay Okay, Menü Okay, so Hier ist was für Kackboons Oh Okay Nochmal von So Und Ah doch, ein bisschen Ein bisschen verlieren wir Okay Ein Zyklop Noch ein Zyklop So Und ich habe noch nie dieses Spiel gespielt Aber ich finde irgendwie Ich finde es sehr interessant So von der Von der ganzen Aufmachen Okay, den kann man nicht besiegen Ich weiß nicht Ich glaube geradeaus ist bestimmt falsch Ah, jetzt sind wir ganz am Anfang Was ist hier los? Aber uns wurde ja gesagt Wir wurden mit einem Fluch belegt Und jetzt ist erstmal Die Frage Ja Wo bist du mir hin? Wir haben den Fluch Immer wieder im Kreis zu laufen Das ist doch ein Toller Fluch So Und ich weiß nicht Ob ich auf irgendwas achten muss Was hier so in der Gegend rum Rum hängt So, aber ich glaube Ja, oben Geht nix So Oh Okay, man kann Kann blocken Man kann auf Auf jeden Fall blocken Gehen wir mal hier lang Und der war der falsche Weg Gut Arsch Wim macht auf jeden Fall schon mal Laune Aber das ist Bestimmt Zum Ende hin dann wahrscheinlich Relativ Oh, shit Relativ anstrengend Und jetzt kommen ja sogar Skelette Was ist denn, wenn ich jetzt nach links laufe Malweise läuft man ja immer nach rechts Okay Scheint nicht verkehrt gewesen zu sein So Und jetzt kommen wir irgendwie Sieht das hier alles so ein bisschen abgespaced aus Nicht mehr so im Mittelalter Sondern irgendwas abgespacedes Also eine Fledermaus Und hier scheint Irgendwie was zu sein Der Mecha-Dragon Okay Sind wir Oha Was, 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 was Ja Danke Okay 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 Was muss ich machen? Ja, hä? Tipp Drachen müssen am Kopf getroffen werden Ja, schön Der wird mir doch fertig Oh, ey Ja, ach komm Ja, der trifft mich halt immer, ne? Ja, klar Ja Natürlich habe ich nicht getroffen Oh, Mann Ist das? Die schummelt doch Oh, die schummelt Was ist denn das jetzt im Hintergrund für komisches Geräusch? Oh, alter Scholli Hä, was macht er denn? What the heck Was ist jetzt passiert? Soll ich Selber einen Drache Dann kann ich jetzt irgendwas anderes? Nö Okay Jetzt brennt hier alles Was Was Ist da gerade passiert? Achso Und Ich habe jetzt Feuer So, wir haben einen Schlüssel erhalten Okay Wir müssen mal bestimmt hier in die Tür rein Oha Okay Autsch Okay Damit hatten wir nur noch einen Stern Okay, da kriegen wir das Herz Was? Wir kriegen kein Herz Okay Wow Wow Okay Wow So Ja, klar Aber es scheint schon wieder unbesiegbar zu sein Also habe ich jedenfalls so Gerade Au Als Gefühl Guck Ich bin unbesiegbar Hm Darf ich Darf ich jetzt da hoch? Meine Güte Hallo Uh Hm Okay Und hier brauche ich wieder Entschlüsse So 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 Der hat den, oder? Ne Hat den auch nicht Boah Hä? Okay Jetzt brauche ich erstmal einen Schlüssel oder was Um dann in das Ding rein zu kommen Was ist das denn jetzt gewesen? Verstehe ich nicht Und nun Fahre fort Mit deinen Abenteuern Wonderboy's Dragon's Trap Das Dorf Hallo Wow Mit so einem Gesicht würde ich sofort nach einem Gegenmittel suchen Retro-Passwort Ich gebe hin Diese ollen Passwörter jetzt schon seit Jahrzehnten aus Schreib sie dir sorgfältig auf Was habe ich davon? Okay Oh Was, 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 was das denn? Das ist ein Brunnen Ein Brunnen Ja, natürlich Kann unter Wasser Kann der Feuer spucken Ist ja gar kein Schummler-Typ Geht's ja noch oben Hier geht's auch irgendwo hin Hm Wo geht's da hin? Der Strand Also irgendwie Eine Tür im Himmel Immer gut Oh, okay Das beste Schwert, das du dir leisten kannst Okay Macht ein nettes Jingy ruhig Reduziert Schaden Extravaganter Design Na gut Ich kann mir ein Schwert leisten, ne Aber die Frage ist halt Ob ich das wirklich kaufen kann Und jetzt? Okay, vielleicht nicht der Beste Mittag Aber ich kann das nicht ausrüsten, oder? Na, beziehungsweise Ich kann's Achso, das ist Da nicht Ich kann's auf jeden Fall Gerade Gerade nicht Nicht benutzen So Gucken wir mal, was ist noch in der Tür? Hm Okay, hier geht's halt noch Wir mal unten Mal voll vorsichtig sein, oder sowas Hier ist diese Kiste Wir haben ein Herz gekriegt Juhu So hat's Herzkonteter Oh, geil Oh, nice Aha Okay So kommt man Also wir haben nach oben Nach oben brauchen wir auch schon wieder einen Schlüssel Das ist hier Mediziner Und Äh Ja Hier ist es erst Mal Das ist mal Sakasei Gut Wenn ich geheilt werden Muss ich eigentlich nicht So Okay Dann Gehen wir jetzt halt Hier lang Gucken, was uns erwartet Also da waren wir ja Und das ist ganz schön schnell unter Wasser unterwegs So und hier Nee, schwimmen können wir ja nicht Also können wir ja nur hier weiter So und hier kommen wir auch nicht hoch Oh, nee Okay Oh man Lupala Okay So das Wasser Tja Eigentlich mag ich ja gucken Aber ich weiß nicht Stirbt man da Oder was ist dort Ah, okay Hier gibt's auf jeden Fall irgendwas Au Da Frisst das Uh, das ist ein Wirbelsturm Okay Ich glaube aber auf die Rauf springen kann ich nicht, ne Also springen ist nicht so Ganz da drin Okay Und da kommen wir hier schon nicht mehr weiter Oh man, man, man Upp Was macht denn das überhaupt Ziele geradeaus Ziele auf den Boden Ah, da steht nicht, was das bedeutet, ne Okay Ich verschwende Items Yay Gucken, ob jetzt hier unten wieder was ist Oder nicht Oh Irgendwelche komischen Monsterfischer Man, oh Okay Oh, äh, Tür Ah, man muss schon ein bisschen suchen, ne Was gibt's hier? Oh, Münzen Yay Ach, unsere Items Okay, ich hab echt keine Peilung, was ich mit diesen Mit diesen Items machen soll Ziele nach oben Comeback eines Spielzeug-Klassikers Yay Triff alle Manns, ja Ne, also Donner ist irgendwie Äh, das Kackpun Das Kackpun, ja Genau Das Kackpun-Teil So So Irgendwie Münzen Guckt man echt Oh, ganz viele Hier bin ich, du Nice Kommt jetzt der Grüne Eine Polizei Polizei-Oktorok Oh, ich hab jetzt Oh, ich hab jetzt Ich wollte die Münze haben Das Spiel So ein bisschen raus Weil man darf mich zu oft drücken Sonst kommt das nicht so weit Oh, oh Oh, ich hab jetzt abgekürzt Oder was ist hier los Da geht nix mehr Sisson, komm ich da auch Wieder nach unten Das Haus Ja Okay Das Haus ist ne schöne Sackgasse Man muss gedrückt halten So Das ist gar nicht so einfach Und man hat auch gar nicht so Wie ich jetzt gesehen hab Man weiß auch gar nicht Wo genau man hinlaufen soll Also man hat Was ist los Oh, ey du Schummler Oh Oh, ey Und hier geht's zum Schiff Oder was Hier geht's Wann das hin Na wo Ah, gut Hier haben wir einen Schlüssel Okay Ich denke mal Schlüssel gehen einfach so Oh, was Was Eigenwillige Gewandung Keine Frage Habe ich gar nicht Geld für, man Ey, hä Okay Hm, komm ich da nach oben Nee, ist mir der Hintergrund Okay Hm Also ich hab auf jeden Fall Schlüssel gekriegt Oh ey, die Wolke Die ist so nervig Und was ging nach oben Pfeile ging nach oben Ne Ah, scheiße Ja, na klar Oh Schummler Vieh Hä Oh, das war mein Mein Leben Ja, aber die Wolke Die ist so So nervig Au Oh Oh man So Als bist du Ich bin tot Ey Was Das ist voll der Scheiße Gebt mir doch mal ein Herz Jetzt hier Nein Ich muss ja jetzt noch da Ne Oh, was Oh nein Nein Hm 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 Ja, aber jetzt könnte ich mir halt Diese Rüstung holen, ne Hm 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 Gucken wir mal, ob wir die Rüstung Die Rüstung kriegen Gebt doch einfach mal ein Herz Ey Ja, geht auf Und das ist die Schummler Wolke Ja Ja, komm Wegen dieser Schummler Wolke da Oh, was Game over Bei Neustadt verlierst du keine Ausrüstung Wochen oder Schlüssel Okay Ja, das ist Voll die Schummler Wolke So bin ich jetzt Ich komme aber auch nicht mehr zurück, ne Geil Also ich Würde ja jetzt gerne doch nochmal zu dem Schwein gehen Aber das ist Zu weit weg, ey So, aber ich kann das alles nicht Nicht ausrüsten, oder? Oder kann ich mich irgendwie zurückverwandeln? Ne Verdammt Ah, ich will mich zurückverwandeln So, aber hier war ja jetzt nichts mehr, ne Hier war nichts mehr Immer noch mal hierin Du siehst lustig aus Das erste Mal Geht auch nicht Okay Und dann nehme ich mir das so lange auf, wie es geht Oh, was ist das? Irgendein komisches Ding Okay Dann wollen wir mal Eine Tür im Himmel Yay Die Wüste Und nach links soll man gehen Ach, das ist schon Schon wieder so eine Schummler Wolke Mann Aber ich habe meine Jetzt Ich doch einfach, ey Man gibt die eigene Münze, oder was? Oh, die Schlucht Ich glaube, die Gegner sind zu stark für mich, oder? Oh, ja, ich glaube schon Gut, dann gehen wir halt wieder zurück Okay, sowas Also ein bisschen vorher schon anfangen zu schießen Und dann geht das mit dieser Schummler Wolke Gut, klar So Hm, hm, hm Okay, die roten brauchen bloß einen Schuss So Grün brauchen zwei Schüsse So Wow Mensch, Plans vs. Zombies hier Wow, 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 wow Fresst mein Feuer Fresst das Ja Okay, wir kommen jetzt nichts mehr Was? Aber den 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 Krieg ich mit Ähm Mit Tornado, ne? Hup Okay Ja, das ist ja unfair Was ist das? Das ist ja voll das Cheater-Ding Ups Aber Tja, die kriegen wir nicht kaputt Okay Ich hatte hier ehrlich gar nicht hingemusst, aber Ja Ich erkunde gerne So fern wie das immer geht Juhu Aber hier kann man überall runterfallen, ne? Seht grad Mal ein Stück Und links Ja Oh, ein grüner Okay Ich glaube, das wird ein richtig gutes Game hier Wuhu So So Ah, verdammt Hä Seit wann Braucht ich zwei für die So Hm Was kommt mir so bekannt vorher? So Gucken wir mal, ob es wirklich so ist Oh Hä, und der braucht wer Ja, bloß ein Ne, okay, ist ne Tür Und hier hinter Da muss ich wahrscheinlich hin Oh ja, und es hat sich gelohnt Hm Oder auch nicht Es ist Cash Oh, und ein paar Special Sachen Und Oh, und ein Ein Trank Ein Trank sind hier irgendwie die Die One-Ups So Oh, komm her Oh Ach Achso Achso, umso näher Ah, okay Umso weiter das Feuer fliegen muss Umso weniger Damage macht das Okay, bin ich mit einverstanden Das macht auch Sinn Wo Okay Nein So Oh, du Alter Schmierpumpel Schmierpumpel So, was so Boah Und da hat es mich trotzdem noch erwischt So, und eins von dem einen ging perfekt nach unten Ähm Okay, das geht nicht Äh, okay 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 Müssen wir wahrscheinlich erstmal hier lang Äh Was Dreck war denn das jetzt Ich will die Kiste da haben Okay, da brauchen wir wieder einen Schlüssel Aber bis jetzt das HD-Rumble habe ich noch gar nicht gemerkt Also das Ding soll ja HD-Vibrationen haben Das habe ich bisher nicht so gemerkt Oh, was ist denn das für einer Oh, ey Oh, yeah Haben wir jetzt drei? Oh, jetzt haben wir drei Geil Oh Ach du Scheiße So Jetzt müssen wir hier wieder hoch Why Warum schwingt der immer nur einen? So Und hier oben Ruhnen wir uns mal kurz aus Und Ja Ich sehe gerade Das ist irgendwie Mein Mikrofon ist gerade zu laut eingestellt Habe ich das Gefühl Das ist mir schon oft Oft passiert Was der Fall war Ähm Ja, ich würde sagen Wir sehen uns Im nächsten Part Von Wonderboy Und ja Das Mikrofon war wirklich zu laut eingestellt Tut mir leid Aber jetzt Beim nächsten Part ist das Mikrofon Ähm Wieder normal Und ich glaube Das ist OBS Ist das immer Und dann vergesse ich das wieder runter zu machen Wie gesagt Wir sehen uns dann Im nächsten Part Von Wonderboy Ciao Ciao Bis zum nächstenbajo Bis zum nächsten Mal.